So Leute, D&R. Random Talk 4. Jetzt geht es um dieses Troll-Face und B dazu. Es klebt an meinem Computer. Ich versuche mal die Kamera zu drehen und es scharf zu stellen innerhalb der Zeit. Es klappt. Auf jeden Fall, ein Kumpel von mir ist 30 geworden, hat ein Magic-Turnier gemacht. Es war Two-Headed Giant, also nicht Two-Headed Giant, sondern zu zweit im Team war man und hat gedraftet. Dafür musste ein Team-Schilder her und meine Mitwohnerin hat das gejudged und hat pro Team immer ein kleines Icon dazu gemalt. Es gab irgendwie Batman, Star Wars, Turtles, alles mögliche. Ich habe rein zufällig das Troll-Face bekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es könnte sein, dass ich ein kleiner Troll bin. Das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht.